Der schönste Schmuck im Ganzen hat Den Schild hab ich auch schon mal gefunden Den Schild hab ich schon ergattert Aber erstmal mit meinem anderen Account Der ist schon Stufe 50, ist fast 51 Und ja, bis daheim werden wir schon auch noch kommen Also müssen wir kommen Leider Weil, ja Wie soll ich sagen, man muss, ne Wenn man das Spiel durchspielen will Muss man halt so weit kommen Wohl oder übel Wir werden bestimmt paar hundert Parts brauchen Ne, wieso bin ich zu langsam Ja, genau So Hoffentlich treffen wir jetzt auf keine spaßten Gegner Das war nämlich schlecht Ich hab keinen Bock mich nochmal durchzukämpfen komplett Was nämlich sinnlos wäre Ach scheiße, die sind hier Ampyrdiener Ampyrdiener Was ein Zufall, die rumlungern Ampyrdiener 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 Hier ist ne hässliche Falle Ruckel Ah, halt mich doch Dann trepp mir jetzt ins da rein, du Hure Einen dummen Schlag setzt dir und der bringt nichts Nichts bringt der gar nichts Hm Ist da jemand? Wieso ruckelt das denn so bitte jetzt hier drin? Was zur Hölle? Ach, fick dich da ins Kind, du scheiß Schlampe Ah Kopf ab Du fällst hinter mir auch zur Asche Einfach traurig sowas Einfach schwuckele, die ausrasten Aber sonst war hier nichts, oder? Also Müll hier Ähm, da genau das ist die scheiß Truhe die ich knacken muss Felzhelm brauche ich nicht Eisendorch Hm Hier sind wieder so massig viele Gegner Ach, ruckel doch nicht so, was ist das für ein Abfuck wieder mal Meine Menüter hier Meine Menüter hier Immer alles am ruckeln und am haken und dann Hilfe, Hilfe Und dass sowohl das Spiel mit 30 FPS eigentlich flüssig laufen müsste Ich danke euch Bitte Mies gegeben Alles zerfällt hier einfach nur Sooo Da ist die hässlichen Spaste an die weg haben Ähm, das brauchen wir eigentlich nicht Ich gucke mich grad noch um, wenn nicht, ne Dann hab ich schon Feuer gelegt Gucken wir hier noch was hier tolles gibt Ich denke aber gar nichts Aber doch Kann man mitnehmen Zerstörung, dass wir schon haben Haben wir schon Ja, dann haben wir auch alles So Ob hier jetzt noch Gegner sind Keine Ahnung, ich hoffe mal nicht Weil das ja scheiße wär irgendwie Doch, sind welche Man hört die Späne schon krabbeln So Klappe zu, Affe dort Schneller hier durch Schneller hier durch Hm Ich wollte jetzt grad sagen, ansonsten gibt's hier nichts Naja, da lag ich wohl wieder mal falsch Was war schon alles? Wirklich? Wann ich will ein Special Move ansetzen Ach Noch eine Runde speichern Ich 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 Nein Ich 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 dumm gelaufen nenne ich das sehr ihr habt die axt und mein hund großartig ausgezeichnet ein händ und sein treuer gefährte bringen dem fürsten das antike artefakt fast wie in einem märchenbuch aber es ist fast zu schade soll ich eine waffe herzugeben oder man könnte mich wohl überreden sie euch zu überlassen aber nur wenn ihr die axt benutzt um war was zu töten ganz einfach mit euch ist es überhaupt nicht lustig ich muss wohl woanders für spaß sorgen und wenn der bursche wieder da ist besitze ich wieder meine ganze macht eine ganze welt wartet auf mich und findet herrchen herrchen holt kosmische axt alle sind glücklich kommt her ich werde dafür sorgen dass ihr einsicht zeigt ich habe euch vertraut jetzt vertraut ihr mir und was kriege ich jetzt dafür sehr gut wenn man ein paar jahre in einer höhle eingesperrt war vergisst man wie großartig sich überragende macht anfühlt nun zu eurem wunsch ihr wollt macht oder ihr könnt teil einer unglaublichen macht sein ihr müsst nur diese axt eure seele aufnehmen lassen ich habe nie behauptet es wäre eure eigene macht oh gut nehmt meinen segen entgegen und lasst es gut sein für mich gibt es sowieso noch interessanteres da ist er doch die maske soo dann haben wir ne maske jetzt eingesackt die schicke ist an sich ne christian schlecht naja objekte bücher geht die scheiße hier auf das ging doch hier irgendwo da raus hier damit haben wir das abgeschlossen den part und kümmern wir uns um das weiterlaufen würde ich jetzt mal so spontan sagen ne also wir können sie jetzt weiter durch kämpfen ohne jetzt auf die quest besonders zu achten sondern von durch kloppen was das zeug hat muss ja auch mal sein wo ich lange lehnten der so jedoch wohin müssen wir jetzt oder wohin können wir jetzt so schlecht aber nicht abgeschlossen ja was machen wir denn jetzt keine ahnung was wir machen können hier könnten wir hier entlang laufen da wird es noch einiges zu finden denke ich mal geben es gibt noch einiges zu finden naja machen wir mal hier weiter auf der ecke oder was töte den eisgeist besuche den schrein von azura ja es gibt so vieles was man machen könnte gehen wir von hier weiter raus das dürfte gut sein und gut funktionieren direkt um die ecke muss eins sein da oben aber ich habe keine ahnung genau wie ich da jetzt durchkommen soll weil ich bin letztes mal nicht weiter gekommen hier in ecke feuerschleierhügel ja klingt gefährlich aber alles andere als das mal gucken so findet man hier immer tolles ja hier findet man gutes bisschen stuff zum mitnehmen etwas was man brauchen kann bis jetzt habe ich noch nichts gefunden was man hier wirklich ich gehe sicherlich nicht fort von hier werden ich nämlich killen müssen und das ist das interessante so ich bin hier nämlich gewachsen ne kleiner penner also ob ich so dumm wäre und jetzt direkt da reinlaufen würde so gut zu wissen und hier ist noch irgendwas versteckt so hier ist noch eine urne wo man finden kann das finde ich gut speichern wir sofort wieder wenn wir nicht so viel haben würden wir mal abkratzen sollten dass ich natürlich nicht hoffen werde wo geht es hier lang da ist der typ den ich kill muss du auch nicht da ist der interessenz des phantoms so dann nehmen wir mit das prinzip beutel man noch heute drin hat auch gutes zeug hier seid ihr nicht willkommen am arsch bist du wobei der typ gar nicht mal so schwach war sein sollte dann ist man so ich habe einmal gegen den schon eine ordentliche klatsche gekriegt ne so ist er nicht hier brauchen wir leider eine hand die ich nicht habe dafür saphir drachen klauen ja die brauchen wir noch irgendwo her holen ich weiß aber nicht woher ich die kriege jetzt noch mal äh das könnte ein schwieriges unterfangen werden die zu finden die ist nämlich hier nicht irgendwo gelegen oder ich habe einen anderen account habe ich die aber nehme ich hm keine ahnung kann ich jetzt nicht sagen müsste ich nochmal gucken und suchen vielleicht finde ich was vielleicht nicht aber so finde ich die jetzt erstmal nicht auf den ersten blick von daher von daher ja ab nach oben wieder einfach macht das hässliche tier schon mal keinen stress mehr da der kopf weg ist ja keine chance mehr wir sind schon eigentlich recht mächtig insgesamt also gegen menschen und so kommen dürften wir alle ankommen eigentlich aber mit der d drin rüstung und mit allem drum und dran werden wir dort locker durchziehen können mehr als locker werden wir das schaffen das was dann probleme machen könnte wäre das wäre dann nochmal das wäre dann nochmal ja die anderen übrigen mit denen nach die gallen das wäre die einzigste sache wo du vielleicht noch probleme machen könnte oder die diebesgilde das wären die probleme aber so kann man eigentlich ganz zufrieden sein insgesamt also es ist jetzt nicht so tragisch alles alles so ja nein dein mund wie der da runter rollt Jäger Ja, man findet den Alpa-Dietrich hier immer irgendwo Uiuiui Brrrr Na egal, bis wir trotzdem rein So oder so irgendwann Na super, ein Bär Ich dachte, hier wäre schon was besonderes drin, ehrlich Schmiedekunst, das ist gut interessant Das kann man immer gebrauchen Da Gold, da ein bisschen, da ein bisschen Wo ist das hier noch? Zeug was ich brauchen kann, nichts langweilig Vollkommen öde Geschafft Abgeschlossen war nur das langweilig Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt Können wir hier runter gehen Ich denke mal genug Platz haben wir noch Ja, haben wir jetzt genug Boah, das war eng übel Eng und übel gleichzeitig Und da oben ist auch so ein Und da kommen wir noch ein troll entgegen Super Ja super, zweimal verfehlt Ja Adios Amigos Ne Leiche, ein Notiz Schwere Rüstung Eine Möglichkeit auch noch schwere Rüstung zu lernen Bücher Ah, jetzt weiß ich Wo ich das Tagebuch her hat Ein Delios Tagebuch Aber warum muss ich das behalten? Es ist ein Questgegenstand, hätte man gesagt Aber was für ein Questgegenstand ist das zur Hölle? Das habe ich schon mal im anderen Account Aber da muss ich nochmal genau nachgucken Die Schnauze-Scheißdingen Die Schnauze-Scheißdingen Also wir schreiten schon nicht schlecht voran mit dem Amut-Projekt, das kann man so sagen Es läuft flüssig durch Äh Unsere besondere Hindernisse sind jetzt nicht gestoßen Dass wir jetzt irgendwo stehen bleiben müssen Questtechnisch können wir theoretisch auch einfach easy weitermachen, das ist kein Problem Aber warum? Dann können wir sowieso über jeden Dungeon durchgehen Dann können wir uns auch ein bisschen nach der Masche durchspielen Einfach reinrennen und alles zerlegen, was Nicht niegel- und nagelfest ist Für dich zumindest Also Könnte anderer Meinung sein Wenn er dann sagt, dass er durch die Quest weitermachen soll Wenn ihr Rätsel habt oder ähnliches Wo ihr nicht weiterkommt, stellt einfach die Fragen Ich kann sie beantworten Ich dort zumindest hoffen, oder habe ich zumindest eine Erinnerung Was ich dort machen kann Aber ansonsten Oder vielleicht Tipps und Tricks zu geben Geht auch noch Aber Naja Wasserfall Wasserfall Es gibt so einige Sachen, die man hier beachten kann Und easy durchspielen kann Aber, naja Ist da irgendjemand Rückel, rückel Ja Rückel, rückel Ja, das will ja wegen der Aufnahme Da kann ich nichts für Ja? Was? Ne Wache Cool, ich darf alles mitnehmen? Coole Sache, alter Hm? Ich könnte die Wache noch killen Was? Ja bitte Ja bitte Ja bitte Ja bitte Fässer leer Ich geh mal umgucken Ah jetzt noch Gold Ey Schade ist ja noch ein Buch gewesen Hab ich ja mal gesehen Was braucht ihr? Alles Ähm Nach oben Auch nichts Wieder eine Wache Ganz oben Jawoll, ein Seelenstein Verstehe nicht, warum ich nicht alles mitnehmen kann Geld liegt hier auch noch Ihr braucht etwas? Ja Da drüben ist nichts Aber hier oben ist noch was Ein bisschen Gold Ja, bringt uns eh nicht viel letztendlich 47 Gold Geht etwas Sooo Da hinten ist noch so ein Grab Da können wir mal gucken gehen, ob wir was finden Wäre nicht schlecht, wenn Aber ansonsten Und dann reicht es halt erstmal für das erste auch wieder Wenn wir da Das Grab da hinten durch haben Das ist zwar ein bisschen wenig gewesen heute Vielleicht nehme ich heute Abend noch eine Runde auf Da hatte ich mehr Bock drauf Aber jetzt ruckelt es halt ein bisschen übertrieben Ich weiß auch nicht warum es so ruckelt Aber wahrscheinlich Aber wenn wir das mehr erkundet haben Hört das Ruckeln auch auf Das ist einfach so Es ist einfach so Ich weiß nicht warum das so ruckelt Und wenn es gerade so ist Aber es ist aber so Vielen Dank.